Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer, heute zu einem neuen Regelvideo. Und zwar dreht sich heute alles um die Anleitung zu Quicksand, die kooperative Echtzeitherausforderung. Ab 8 Jahre, 1-7 Spieler, also große Gruppen und auch Solo und dauert ca. 15 Minuten. Worum geht's hier? Ein riesiger Wüstenstrudel hat dich in einen verlassenen Tempel gezogen. Jetzt die wichtigste Frage, könnt ihr euch rechtzeitig und gleichzeitig aus den Fängen des Treibsands einer gefährlichen Falle aus Zahnrädern und Sand befreien? Nur wenn ihr zusammenarbeitet als Team und zur richtigen Zeit die richtigen Karten legt, könnt ihr euch befreien und gemeinsam das Spiel gewinnen. Insgesamt gibt es hier 21 unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Wir starten mit 3 Sanduhren und maximal können wir mit 5 Sanduhren spielen. Sprich ein einfacher Start, aber nach hinten raus wird es richtig schwer. Wie immer bekommt ihr hier die ausführliche Regelerklärung inklusive Spielaufbau und Spielablauf. Kurz und knackig, sucht ihr noch weitere Regelerklärungen, schaut hier oben in die Infobox. Hier findet ihr noch über 270 Stück zu alten, neuen und klassischen Spielen. Abonniert mich gerne, so seid ihr perfekt für den nächsten Spieleramt vorbereitet. Und habt ihr Fragen oder Anregungen? Ab unten in den Kommentaren. Für alle Solo-Fans, am Ende des Videos findet ihr noch die Regelergänzung zum Solo-Modus, schaut also gerne in die Timesteps. Aber jetzt verlieren wir keine Zeit, befreien wir uns aus dem Quicksand. Kommen wir zur Spielvorbereitung. Wir mischen die Zahnradplättchen. Hier im Stapel gibt es 3 unterschiedliche Farben und 4 unterschiedliche Symbole. Dann mischen wir den Kartenstapel. Hier haben wir auch 4 unterschiedliche Symbole und 3 unterschiedliche Farben. Zusätzlich gibt es dann noch 6 Joker-Karten. Dann haben wir noch das Entschärfungsplättchen und 3 Blockadeplättchen. Für das Grundspiel benötigen wir die 3 Blockadeplättchen nicht, sie kommen wieder in die Schachtel. Wir haben hier ein kooperatives Spiel mit 21 Schwierigkeitsstufen. Wir bauen jetzt Schwierigkeitsstufe 1 aus und müssen gemeinsam die schaffen. Wir gewinnen und verlieren immer gemeinsam. Dann haben wir noch 5 Sanduhren, 2 langsame Sanduhren, 2 mittlere Sanduhren und die hier oben, das ist die schnelle Sanduhr. Kommen wir jetzt zum Aufbau von Quicksand in der Schwierigkeitsstufe 1. Wir platzieren 10 Zahnradplättchen in einer ovalen Form. Dann platzieren wir das Entschärfungsplättchen und legen 3 weitere Plättchen. Die übrigen kommen wieder in die Schachtel. Dann benötigen wir 3 Sanduhren, 2 langsame Sanduhren und eine mittlere Sanduhr. Zuerst platzieren wir die 2 langsamen und dann die mittlere. Die übrigen Sanduhren kommen auch in die Schachtel. Dann platzieren wir die Karten und teilen jedem Spieler 3 Karten aus. In unserem Fall sind wir zu dritt. Wollt ihr einen höheren Schwierigkeitsgrad schauen, schaut auf Seite 12. Dazu ändern sich meistens die Plättchenanzahl hier und die Plättchenanzahl da, sowie die Sanduhren. Und ab und an gibt es dann noch neue Sonderregeln. Habt ihr dazu Fragen? Ab unten in die Kommentare. Jetzt kann es losgehen. Kommen wir jetzt zum Spielablauf. Das Spiel Quicksand läuft über eine unbestimmte Rundenanzahl. Sobald eine Partie startet, könnt ihr sie nicht mehr pausieren, unterbrechen, auf Toilette gehen, Regeln nachschauen, was auch immer. Ihr müsst die Partie jetzt durchziehen. Sprich, sobald ihr bereit seid, dreht ihr alle Sanduhren um, damit der Sand laufen kann. Beginnt da immer mit der Sanduhr, die am weitesten vorne steht. Erst die, dann die und dann die. Jetzt müsst ihr euch sputen. Jetzt schaut ihr euch alle gleichzeitig eure Handkarten an. Wichtig, ihr dürft über eure Handkarten sprechen und alles dazu sagen, nur sie keinem anderen zeigen. Jetzt solltet ihr euch kurz besprechen, wer von euch den ersten Zug durchführen sollt. Beeilt euch aber, die Zeit läuft. Danach führt ihr immer wieder im Uhrzeigersinn durch, bis ihr entweder gemeinsam das Spiel geschafft habt oder verloren. Guckt mal jetzt, die Uhr ist schon durchgelaufen, die anderen beiden auch, nur damit ihr mal so ein bisschen das Zeitgefühl habt. Kommen wir jetzt zum Ablauf eines Zuges. In deinem Zug musst du genau eine Karte von deiner Hand ausspielen. Sag laut an, welche Karte du spielst, Farbe, Form oder Joker. Und aktiviere danach alle Sanduhren, die auf dem Plättchen mit derselben Farbe und Form, wie deine gespielte Karte ist, steht. Sprich, solltest du das Dreieck spielen, werden die beiden aktiviert. Sprich, du spielst eine Karte aus, dann wird das aktiviert und danach ziehst du sofort eine Karte. Und anschließend ist dann schon die nächste Person dran. Sie spielt auch eine Karte aus, aktiviert die Sanduhren, zieht danach wieder auf. Und so weiter geht es, bis wir gewonnen oder verloren haben. Die Farbkarten. Es gibt drei verschiedene Farbkarten und je nachdem, was du spielst, aktivierst du alle Sanduhren auf den Zahnrädern mit derselben Farbe. Dann kommen wir zu den Formkarten. Hier gibt es vier unterschiedliche Formen. Und je nachdem, welche Formkarte du spielst, aktivierst du alle Sanduhren, die auf den Zahnradplättchen derselben Form stehen. Wie schon erwähnt, spiele ich das, aktiviere ich die beiden. Würde ich jetzt ein Viereck oder einen Halbmond spielen, würde ich nichts aktivieren, da auch keine Sanduhr auf einem Zahnrad mit diesen Symbolen steht. Das gleiche gilt auch bei der Farbe. Kommen wir jetzt zu den Joker-Karten. Die gibt es nur sechsmal im Stapel. Wenn du eine Joker-Karte spielst, kannst du eine der folgenden zwei Effekte ausführen. Nummer 1. Eine beliebige Sanduhr aktivieren. Was aktivieren bedeutet, dazu kommen wir gleich. Nummer 2. Rette eine verlorene Sanduhr deiner Wahl. Joker-Karten sind die einzige Möglichkeit, eine verlorene Sanduhr zu retten. Dazu auch später mehr. Alle gespielten Karten werden dann auf den Ablagestapel gelegt. Sollte der Nachziehstapel leer sein, wird der Ablagestapel gemischt und bildet einen neuen Stapel. Kommen wir jetzt zu Sanduhren aktivieren. Nachdem du eine Karte gespielt hast, können jetzt bestimmte Sanduhren aktiviert werden. Musst du mehr als eine Sanduhr aktivieren, beginnst du immer mit der Sanduhr, die weiter vorne auf der Zahnradleiste ist. Wenn du eine Sanduhr aktivierst, drehst du sie um und bewegst sie dann gleichzeitig ein Zahnrad weiter. Ich habe diese Karte gespielt, schaue dann auf die Zahnradplättchen, wo Sanduhren drauf sind und aktiviere sie dann. Also aktivieren, aktivieren. Und jetzt ziehe ich eine Karte nach, habe dann wieder drei Karten und der nächste Spieler ist dran. Sollte der nächste Spieler jetzt ein Dreieck spielen, schauen wir wieder, die Sanduhr wird aktiviert. Aber, da der nächste Schritt belegt ist, rücken wir nicht vor, sondern drehen nur die Sanduhr um. Das gilt auch hier beim letzten Plättchen. Hier bewegen wir die Sanduhr nicht weiter, die bleibt stehen und dann drehen wir sie nur um. Kommen wir jetzt zu Sanduhren verlieren. Falls eine eurer Sanduhren nicht hier in der Gefahrenzone steht und dann die Zeit abläuft, so ist sie verloren. Drehe dann die Sanduhr um und stelle sie dann neben das Plättchen der Zahnradleiste, auf dem sie stand. Sprich, die ist gerade abgelaufen, konnte ich nichts machen, dann drehen wir sie um. Jetzt ist sie verloren, aber die Zeit läuft noch einmal durch. Wichtig, es können auch mehr als eine Sanduhr verloren gehen. Retten musst du sie mithilfe einer Joker-Karte, wie ich ja schon gesagt habe. Sind mehrere Sanduhr verloren, darfst du dir überlegen, welche Sanduhr du wiederherstellst. Und sollte jetzt die Zeit bei dieser verlorenen Sanduhr ein weiteres Mal ablaufen, dann habt ihr gemeinsam die Partie sofort verloren. Falls die Zeit bei einer Sanduhr genau dann abläuft, wenn du sie gerade aktivieren wolltest, dann ist die Sanduhr nicht verloren und du darfst sie ganz normal aktivieren. Wolltest du die Sanduhr nicht aktivieren und die Zeit ist abgelaufen, dann ist sie ganz normal verloren. Kommen wir jetzt zu Sanduhren retten. Du kannst eine Sanduhr nur dann retten, wenn du eine Joker-Karte spielst. Also, ich spiele sie und dann nimmst du die verlorene Sanduhr, drehst sie wieder um und stellst sie auf genau das Plättchen, wo sie vorher stand, wo du sie runtergenommen hast. Sollte das Plättchen belegt sein, da wo sie vorher stand, darfst du die Sanduhr nicht zurück auf die Leiste stellen und musst sie aber trotzdem umdrehen. Also, vorher dann eher die Sanduhr wegziehen und dann die Sanduhr retten. Und solltest du eine Karte spielen, die zu keinem Zahnradplättchen passt, ist das überhaupt kein Problem, dann passiert nichts. Du legst einfach eine Karte, ziehst eine Karte und der nächste Spieler ist dran. Kommen wir jetzt zum Spielende. Ihr verliert sofort gemeinsam die Partie, sobald entweder die Zeit einer verlorenen Uhr abgelaufen ist oder die Zeit bei einer Sanduhr hier in der Gefahrenzone abläuft. Sprich, wenn hier die Zeit einmal abläuft, dann kommt sie hier daneben und kann gerettet werden. Läuft die Sanduhr aber hier ab, dann ist das Spiel verloren und sie wird nicht daneben gestellt und kann nicht gerettet werden. Also hier ganz, ganz genau aufpassen. Oder ihr gewinnt die Partie, sobald alle Sanduhren hier in der Gefahrenzone angekommen sind und die Zeit noch nicht abgelaufen ist. Kommen wir jetzt zum Solo-Modus. Hier die Änderungen, wenn du Quicksand alleine spielen möchtest. Du ziehst immer drei Karten und du musst immer alle drei Karten spielen, bevor du drei neue Karten ziehst. Sprich, du ziehst drei Karten, spielst dann die drei Karten in einer beliebigen Reihenfolge aus, aktivierst immer wieder die Sanduhren und sobald du keine Handkarte mehr hast, ziehst du wieder drei Karten. Und das machst du so lange, bis du gewonnen oder verloren hast. So, das war die Regelerklärung zu Quicksand. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Ab unten in die Kommentare. Sucht ihr auch weitere Regelerklärung hier oben in der Infobox. In diesem Sinne, wir sehen uns in der Zukunft. Ganz liebe Grüße. Ciao.